Okay, ey Leute, was geht? Alles klar. Ich dachte, du machst weiter oder? Nee, nee, ich dachte mal, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung in unsere Moderation mit rein. Du wolltest gucken, ob die noch wach sind. Ich dachte, einer antwortet mir vielleicht. Nee. Ja, wir jetzt spielen Zombies. Ey Leute, was geht? Hier sind die Game on Hobbies mit dem weiteren, äh, nee, dem ersten. Nicht mit dem weiteren, mit dem ersten. Boah, ich dachte, wir haben das nur so gespielt. Mit dem ersten Custom Code Spiel. Ja. Custom Little John Cena hier in der Ecke. Ja, wir spielen Nazi Zombies auf der Map Board. Das ist jetzt einfach mit die erste Map, die wir uns runtergeladen haben. Zählt unter den ersten. Wir haben nicht gerade viele und ohne jetzt weiter irgendeinen Scheiß zu labern, fangen wir einfach direkt an, weil ich hab keinen Bock. Immer wenn ich irgendein Video gucke und der labert erstmal eine halbe Stunde drum rum und ich sitze so, oh, guck nur in die Kommentare, damit ich sehen kann, wo der Typ hinschreibt. Ab da fängt das Video an. Boah, du hast gute Leute abonniert, merke ich. Ja, die besten. Alles klar, ich bin ready und ja. Nice. André ist Deadpool. Ich bin Captain America, hat er mir jetzt gerade gesagt. Ja, Captain Murica. Der ist auch ein bisschen groß, kann das sein? Ja. Ich glaube, ich hab die Map schon gesehen in dem Gameplay. Mir ist richtig hart danach. Wenn ich mir so diese extrem detaillierte Außenwelt angucke, ich glaube, ich kenn das. Tim, guck mal raus. Ich, ich kenn das. Okay, also, wir müssen jetzt 2000 Punkte bekommen, damit wir die Tür hier, mhm, das ist eine Tür, öffnen können. Aha. Ja. Und sonst gibt's hier noch Quick Revive. Einen viel zu großen Tisch, auf den man aber raufspringen kann. Ich hab übrigens gleich einen Glitch gefunden, ne? Guck mal. Wenn du hier rauf gehst, auf ihn raufspringst, auf den Tisch hier raufspringst und dann hier ins Eck reinspringst, Können ich die Zombies nicht angreifen. Ich wette, die können ich hier schon nicht angreifen. Los, komm. Gib ihm. Nein, scheiße. Ja, wir sind übrigens die Pro-Zombie-Spieler. Die Besten, die es gibt. Auf der World Wide-Liste sind wir Platz 527. Die Besten, der Besten, der Besten. Die Besten, der Besten. Lass mit dem mal. Lass mit dem. Komm, wirklich. Achso, du kannst ja auch den Sprung machen, ne? Äh, Dauphin-Dive. Also, Sprinte und halt mal C gedrückt. Achso. Ne. Okay. Wie? Ah, jetzt. Mach mal nochmal. Ich will das mal sehen. Wie ist das dritte Person? Oh mein Gott. Boah, was? Das sieht ja richtig pinnert aus. Ich muss irgendwie auf 2000 Punkte kommen. Dann können wir schon mal weiter. Und dann kannst du dir vielleicht ne Waffe kaufen. Der Messer hat schnell. Ja, ja. Er haut rein. Du bist auch Deadpool. Was haben wir jetzt? Ah, okay. Ich hab Punkte. Ah, fuck. Mein Wecker. Nein. Scheiße. Warum hast du jetzt nen Wecker, Digga? Weil ich ab und zu einfach einpenne. Scheiße. Scheiße. Ich kann jetzt mal schießen. Was für ne Scheiße. Ja. Das, äh, da hast du recht. Das ist scheiße. Ja, das ist ziemlich kacke. Normalerweise kann man ja noch einfach, wenn man kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Warte. Komm. 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 Scheiße. Töte ihn mal. Töte. Ich kann nicht. Ich kann nicht schießen. Naaah, das gibt's doch nicht. Na, egal. Ich hab nicht wirklich viel verloren. Ich hole mir erstmal ne Waffe. Ja, Kostin, Call of Duty. Wer keine Ahnung davon hat. Erstmal, anscheinend bist du, weiß ich nicht. Wenn du keine Ahnung davon hast, dann hast du hier eigentlich auch nichts verloren. Also, verpiss dich. Genau. Aber für den letzten Deppen unter euch. Ey, wo bin ich, Digga? Du bist unten einfach noch. Ah, ich schreibe. Und dann, äh, hier ist die Kiste. Das Klo ist die Kiste. Wieso schreibe ich immer noch? Ähm, dieser Pfeil nach oben ist das Schreiben. Ich hab die Mark 2. Ne. Wie? Oben, links. Unter Escape. Ja, es geht nicht. Dann drück mal JKL oder irgendeine Scheiße. Drück einfach alles. Ah ja, siehst du? Funktioniert immer. Ne. Ich hab nichts. Ich hab keine Waffe. Ich kann nur laufen. Ach so, ja. Dann hol dir hier. Und nicht messern. Ich hab... Was? Geh doch an die Kiste, Digga. Also, ich kann nicht mal messern. The fuck. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann nicht gar nichts, wenn ich einmal gestorben bin. Das ist heftig. Ähm, das sind gemoddelte Maps von der Community von World at War. So, und ihr seht jetzt hier irgendwie, hä, Raygun Mark 2? M8A1? Hä? Aber das ist doch nicht wirklich... Da hast du recht. Ja, es ist gemoddet. Das ist cool halt. Hier kann man von allen möglichen Call of Duties, alles was mal an Waffenmodellen oder sonst was auch nicht da war, kannst hier reinklatschen. Genau. Und es gibt hier auch, ähm, Maps. Ach Quatsch. Nice. Auf der Map an sich, was... Okay, wie hast du... Ah, alles klar. Auf der Map gibt es sogar, ähm... Waffen von Black Ops 3. Stark, Tim. Richtig, richtig nice. Warte, lass sie mal gucken. Ich will mal wissen, ob die hierher kommen. Ja, ich will auch irgendwie zu dir eigentlich kommen. Okay. Niemals. Nice, Mann. Okay. Lass sie erstmal kommen. Oh shit. Oh Gott. Ich hab sie. Die M8A1 zieht sogar durch. Ich bin sehr überrascht. Ich meine, wir sind gerade mal Runde 4, aber... Das ist von der M8A1 nicht zu erwarten. Ja, da kommen welche. Was hast du eigentlich für eine Waffe? Ist geil, dass sie... Äh, Qigong. Ne, doch, FMG9. Ach, FMG9. Wow, ja, die haben hier sehr viele Waffen mit reingebracht. Ja. Hab dennoch keinen Plan, wo hier... Ah, alles klar. Hier. Ich öffne, ne? Das sind so asoziale Treppen, Alter. Hier ist die PDW. Oh fuck yeah, Dabble. Na scheiße. Alter, was hat der denn hier für riesige Sachen gemacht? Okay, es geht anscheinend einfach nur immer runter. Naja, der Typ hat das mit den Proportionen nicht so verstanden. Ne, gar nicht. Tim. Ja? Okay. Ich glaub, wir haben nochmal einen Schatz geträgt. No fuck. Ne. Oh Gott, die sind richtig weggeflogen. Töte mal so viel, dass es geht. Ihn vor allem. Oh, ich... Los, Töte, Töte. Hinter mir. Oh Gott, das war ich. Yeah. Was hab ich? MP7. No shit. André, 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 André. Oh, sie. Easy. Alles klar, dann würde ich mal sagen, öffne du mal eine Scheißtür. Ja, geil. Ne, komm hier runter. Ja, geil. Ja, und falls euch die Rubrik jetzt gefallen wird, werden wir mehr davon machen. Vielleicht nicht extrem viel, aber mehr. Ja, genau. Ja, aber wir haben keinen Strom. Oh fuck. 3.000. Alles klar. Das ist echt scheiße, wenn die Zombies... Hier, lad mal nach. Hast du? Perfekt. Warte. Hier, Strom. Wir können uns jetzt auch Perks kaufen. No, ich bin tot. Das ist so kacke, dass die Zombies die ganze Zeit durch die Treppe einfach glitschen. Ja, das ist ein bisschen blöd schon, ne? Minimal konterproduktiv. Wir haben uns auch fast gestorben. Oh mein Gott, die Zombies laufen so behindert auf der Treppe. Da kommen ein paar. Hm, ist es schlimm, wenn ich dich nicht rette? Ja, relativ. Ich habe jetzt zwei Waffen, die gut sind. Was? Waffe. M27 und die FMG. Das FMG 9 ist eigentlich ganz geil. Ja, nice. Oh, ich bin gerade hochgekommen, weißt du. Oh, 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 oh. Pissassi Raygun. Stirb nicht. Das ist mein Tipp. Ja, direkt vor dir kriegst du nicht, oder was? Ich weiß nicht. Oh, shit, 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 shit. Okay, ich habe Ja, genau, ich bin safe. Ja, ich habe keine Waffe, ich habe gar nichts. Das war dämlich. Ach, du hast doch, äh, mach mal, switch mal deine Waffen. Tu so, als wenn du die switchen würdest. Das ist ja das Ding. Ich kann auch nicht messern. Du sollst so tun, weil du Mausrad auf und auf benutzen hast. Ja, ich, ich kann nicht. Er zeigt mir nicht meine Hände an. Jetzt habe ich meine, eine von meinen letzten Granaten geworfen. Warte, hier hast du. Da kannst du dir jetzt eine Waffe holen. Geh schnell an die Kiste oder warte Wie teuer ist die Scheiße? Hier hast du noch Punkte? Ja, ich hab wieder meine FNG. Okay, dann komm Muss rausgehen, dann können wir wenn wir so ein bisschen tryen. Oh ja, gut Lass mich mal bitte jetzt ein paar Punkte machen. 8500, nice Oh, shit Oh, komm schon. Ich hab keine Money mehr. Dein Ernst? Ah, hier kann man gut Rape Trains. Wieso heißt das eigentlich Rape Train? Ich hab's nie verstanden Vergewaltigungszug Keine Ahnung, man. Hier draußen ist ein Creeper. Den lassen wir einfach mal denke ich Ja, also die folge wird auch wahrscheinlich nicht unbedingt richtig lang Du hast benutzt, ne? Ja Ich hab genau dieselben Sachen wie vorhin. Was soll der Scheiß? Was hast du denn jetzt für Waffen? N27 und FMG Ah, ist er meins. Die ist aus Advanced Waffe. Oh mein Gott. Und die haben auch genau die gleichen Waffen Sehr ähnliche Animation Ich hab... Was hab ich? Ich glaub mir jetzt mal Quick Revive, ne? Ich glaub mir jetzt mal Quick Revive, ne? STG 44 Ah ja, cool. Was Rollstooliges Ja Der tauscht meine Waffe mal aus. Ich kann keine zweite Waffe haben. Nice Wie? Ich hab keine Sekundärwaffe also beziehungsweise kein Sturmgewehr. Das ist äh... Also nur eins Das ist scheiße Ich mach halt ziemlich Aber die Box ist nicht weit Ja, es ist wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch nicht das beste Gameplay. Es wird eher als eine Introduction dienen Ja, genau. Die wir an jedem Mittwoch, ach Quatsch, die wir an diesem Mittwoch hochladen werden Wir können ja vielleicht auch, wenn wir den krassen Upload haben, ähm, eine Folge Zombies und ein normales Video und ein anderes Ja, also wenn wir das hinbekommen, neben War Z auch noch, aber das bedeutet, ich hab viel zu tun Ich auch Und ich hab eigentlich relativ viel Zeit Du hast nen Scheiß zu tun Digga, ich schreib immer Klausur Nein, nein, ich mein, was die Videos angeht Achso, pfff Ja Du bist mal kurz bei einer Folge H1Z1 mit dabei Und dann verpisst du dich wieder Ja Ja, wenn du die nicht schneidest, musst du die auch nur hochladen Ja, und ich muss die schneiden Das ist ja das, was so lange dauert Ich hab schon wieder keine Muni, ne? Das ist so ziemlich kassig Das ist einfach scheiße Los, ich geb Okay, ACR 6.8 Jetzt brauch ich nur noch Gold, Rotpunktvisier und Schalt einfach Dann spiel ich offiziell MW3 Ja, nice, ich kann echt keine zweite Waffe haben Ja, das ist echt cool Also, hat schon das gewisse etwas Also MSMC ballert doch ganz gut Ja? Ja Kriegst mit einem Magazin ne ganze Menge Zombies Double Points Double Points Muni Noch irgendein anderes extra, keine Ahnung was das war Irgendein Codhaufen, der lag da einfach Hab ich aufgehoben Ja und ich werd Ich denke mal Ich werd die Custom Call of Duties Vielleicht in einem Ganzen einfach hochladen Weißt du und nicht als Part Achso Ja meistens sind die ja eh nicht lang Also eben Aber wenn das vielleicht irgendeine extrem lange Map sein wird Dann mach ich vielleicht zwei oder drei raus Lad ihr aber vielleicht hintereinander weg Ja 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 aber das ist äh praktisch für uns Weil ich Zieh mir sowas selbst ganz gerne mal rein Ja ja eben Und das ist einfach für uns Das aufzunehmen Erstens Von der Performance her Es ist Call of Duty Es ist Call of Duty Es ist Call of Duty und es ist World at War Das wendet mich nicht ihre fünfte Call of Duty Wir sind jetzt beim Zwölften oder Elften? Ich glaub zwölften Ich hab keinen Plan mehr Äh Double Points Boah Alles klar nass Ich hab übrigens Affen Hier hab ich Affen Ja Eins, zwei, drei, vier Ich bin weg Ah, vier Warte hier Ich hab keine Muni mehr Aber ist gut Ich kann einfach dann los und mir eine Waffe holen Das dürfte gleich schon die Runde gewesen sein, ne? Wahrscheinlich Vielleicht Wow Ich hab echt einen Schuss mehr Ja Ja Das war die Runde nicht F.A.D. aus M.W.3 ist dann doch schon ziemlich scheiße Nimm die Nimm die Jetzt verpissen Ja Ich hab, weißt du Ich hab nur noch meine Railgun Mark II Da wird's langsam hängen Äh, gibt's denn nicht irgendwie schnelles Nachladen oder so? Nein Ich bin auch genervt Wieso die hier kein schnelles Nachladen haben Oh Ich würd gerne eine andere Waffe haben außerdem Ich glaub aber wenn du mehr Perks hättest wär die Map echt zu einfach Ja 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 das ist sowieso schon Ja das ist sowieso schon Nuke Was ist das hier? C4 Ja 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 Ich brauch nicht einmal ziel also echt gar nicht das ist wieder so ein mix aus extremer feuerrate und halt ganz gutem hipfeuer du wolltest dramatisch gestalten oder was ja ich kaufe mir einfach mal die pdw wenn die da schon so an der wand hängt da ist c4 muss ich dir gleich mal zeigen wie das aussieht das sieht nämlich richtig behindert aus wenn du c4 schmeißt das mal kurz ein rap train machen und schmeiß mal einen affen dann okay warte mal ich laufe an der wand und sagen vielleicht ist hier noch irgendwas wie es der eckenmäßig ist okay warte ich wirf jetzt ein affen dahin gut hätten wir wie spawnen die zombies eigentlich in den ecken da ich verstehe es nicht aber juckt mich auch nicht ja die maps also einige sind hier bei world at war die halt so kosten sind die sind recht simpel gehalten wie die hier beispielsweise das ist aber halt nur so introduction map für den modus es gibt natürlich auch maps die sind einfach nur übertrieben ja also es gibt richtig mit krasser story und sonst welcher scheiß stellt euch origins vor mit doppelt krasser story ja also es gibt hier schon echt heftige sachen von der community und das ist dann echt geil und ich werde versuchen die links da guckt ihr den kothaufen an das ist ein brot gibt es hier vielleicht noch ein ziel oder sowas hier gibt es kein ziel nein wir sind eigentlich schon durch ballert ja ich werde noch versuchen ein paar waffen zu zeigen kannst du machen ja und ich werde den link in die description hauen description description ja und dann könnt ihr euch die map vielleicht runterladen ja und falls ihr die selbst installieren wollt dann macht falls ihr absolute lappen seiten wie man die kacke installiert falls ihr absolute lappen seid und die nicht an kackversion habt dann könnt ihr erstmal tutorials suchen gehen ich habe wieder keine muni mehr es gibt es gibt hier noch drei preis ne was ist das intervention oh geil damit mache ich die runde alter ich wette die zieht jetzt schon nicht mehr durch auch schon wieder die kacke peacekeeper ne intervention ist one hit immer noch im körper kannst echt wie geil oh fuck ne vorher hatten wir auch also als wir noch nicht install hatten ja ich weiß ich wollte dich jetzt auch noch provozieren ein bisschen pisser striker yo dead mimic die intervention ist echt geil ja durch die community maps ja kriegt call of duty etwas was es eigentlich nie hat und zwar so eine gewisse variation oh mein gott die intervention ist heftig ich habe die fall du musst unbedingt wenn du die intervention hast mit der spielen das ist richtig geil ja will ich auch aber ich kriege nur langweilige scheiße hier fmg 9 ich kann mit der scheiße collaterals machen 3 zombies mit einem schuss der bräuchte max emma vielleicht mal wieder das wäre ganz cool jetzt habe ich die m27 ich will eine waffe aus black ops 3 gewählt nicht schon wieder rammington also der revolver rammington ja oh msnc no no intervention was dir ist klar dass ich die intervention noch hab ne und jetzt nicht so eine waffe rankomme ja komm einfach hoch und dann ich meine wir sind schon runde 16 jo sehr gut ich hatte juggernaut so hallo ja ich auch ich bin auch nach drei hits sofort down gewesen ja egal das war's ja das war's ich bin besser ich hab mehr hits ich hab mehr punkte du bugernsohn nein warte du bist big nutella ne ich bin bibbidi babbidi buh ja edit uns bei world at war und so ja spaß hastag 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 nazi zombies naja die map heißt bord also ihr hättet jetzt auch nicht zu viel erwarten dürfen ja also wenn ihr jetzt bord seid dann hat der map editor erreicht was er erreichen wollte auf jeden fall ja so werden dann zukünftig videos aussehen teilweise halt alle ja alle nein wir machen natürlich den ganzen anderen scheiß den wir sonst machen auch beziehungsweise den wir nicht machen und ähm ja das kommt einfach noch mit dazu ja halt auch maps mit ein bisschen mehr abwechslung vielleicht aber sonst ne das wird geil ok und ja dann sehen wir uns entweder beim nächsten normalen video am nächsten mittwoch äh oder beim nächsten custom code dann haut drin haut drin bis zum nächsten mal ciao liken nicht vergessen ja und wenn ihr wenn euch das video nicht gefallen hat dann könnt ihr euch einfach die fresse halten und like trotzdem ja genau einfach liken sagt uns etwas tschüss tschüss haut rein